Hallo und herzlich willkommen zurück zu die Gilde 3. Bei mir ist heute der 11.90 Uhr, ich muss immer wieder aufs Datum gucken, ich habe irgendwie kein Zeitgefühl mehr. Und ein Zuschauer namens der Bierdurst hat mir eine sehr interessante und durchaus berechtigte Frage gestellt, inwiefern man denn dieses Spiel hier, die Gilde 3, mit die Gilde 2 Renaissance vergleichen könnte. Und das hat mich auf den Trichter gebracht, dass es mal wieder Zeit wird für ein Zwischenfazit, aber diesmal nicht so chaotisch wie mein letztes Zwischenfazit, wo ich während des Spiels mehr oder weniger noch querbeet durchgeredet habe. Sondern ich habe mir auch diesmal die Mühe gemacht, das ein bisschen nach Kategorien zu sortieren. Es wird danach auch in dieser Folge noch zum Gameplay kommen, also keine Sorge, ich werde jetzt nicht eine halbe Stunde lang einfach rumschwafeln. Aber bevor ich jetzt auf die Frage von Bierdurst eingehe, will ich mal das Zwischenfazit an sich durchgehen. Ich würde sehr gerne dieses Panorama-Bild hier stehen lassen, was schon mal einer der Pluspunkte ist, die ich erwähnt habe auf meiner Notiz, auf meinem Notizzettel. Aber zum ersten Thema müsste ich mal a, die Kamerasteuerung ein bisschen wieder beherrschen und b, mal hier in den Markt schauen. Grundsätzlich finde ich die Besserungen, die jetzt mittlerweile alle schon getätigt wurden am KI-Wirtschaftssystem so an sich, wirklich lobenswert. Also es ist immer irgendwie eine Ware vorhanden, die man benötigt, um seine eigene Produktion voranzubringen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, wenn ich da zum Beispiel an Fleisch denke, das muss ich bloß mal auf die Schnelle finden, ob es denn hier auf der Karte gerade dasselbe Thema ist. Okay, das ist es jetzt gerade nicht, das ist schon mal angepasst worden. Okay, das ist schon mal gut, weil wir können uns bestimmt alle noch daran erinnern, also die, die auch die vorigen Folgen gesehen haben, wie nach ein paar Jahren, vielleicht so ungefähr 20 Jahren ingame, schon 10.000 Fleisch einfach mal so am Markt rumlagen und der Preis natürlich im Keller war. Das hat sich jetzt hier aber in Paris gerade in dem Safe Game angepasst. Das heißt, da ist wieder ein Pluspunkt hinzugekommen, den ich eigentlich als Minuspunkt hindeuten wollte. Darauf habe ich nämlich gar nicht geachtet in diesem Safe Game, da wir ja als Dieb gar nicht wirklich darauf achten müssen. Was ich jetzt hier zum Beispiel sehe, ist, dass die Kleie bei Null ist. Da frage ich mich jetzt aber, okay, da muss noch ein bisschen Feintuning passieren bei der Preisgestaltung da an diesem Tooltip, weil da steht ja eigentlich jetzt beim Kaufpreis 10 bis 65. Wir müssten jetzt einen Aufschlag haben, dadurch, dass da Null steht. Ich weiß jetzt aber nicht, ist das normal? Oder wenn ich jetzt 10 wieder reinschmeiße, sinkt es auf 65 runter. Das müsste man mal grundsätzlich durchprobieren, jetzt in der aktuellen Patchversion 0.9.2. Und dann vielleicht auch auf jeder Karte im Spiel, weil wir, wie wir schon festgestellt haben, sind einige Karten nicht auf dem aktuellsten Stand gewesen zu einigen Zeitpunkten. Vielleicht hat sich das aber auch mittlerweile wieder behoben. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Die Transparenz bei der Preisentwicklung. Genau. Da hatte ich selber nicht ganz rausgefunden, an welchen Zeitpunkten oder unter welchen Voraussetzungen der Maximalpreis entsteht oder der Mindestpreis entsteht. Ich meine, gut, jetzt hier in dem Fall ist es eindeutig. Und auch Pferdekarren genauso. Da haben wir einen fetten Aufschlag drin. Wenn ich mir jetzt aber die Schweine angucke, da sind jetzt 681 Schweine drin. Wenn ich eins kaufen möchte, sind wir bei einem Preis von 58. Warum sind wir nicht bei 20? Weil das sind 681 Schweine, die momentan nicht gebraucht werden und so schnell nicht abgeholt werden können. Es kann aber auch sein, dass sich das speziell bei dieser Karte wieder anders rechnet, eben weil hier ursprünglich Platz für 16 Dynastien war. Oder 16 plus 1 mit unserer gerechnet, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber für mindestens 16 Dynastien Platz war. Das heißt, dass sich hier die Preisgestaltung wieder anders rechnen könnte. Eben weil das Marktsystem ja eigentlich rechnen sollte. Es sind theoretisch 16 Dynastien hier. Das heißt, 681 Schweine ist nicht viel. Wenn die alle auf Fleischer gehen, sind die Ratze, Fatze wieder ausverkauft. Gegen 12 Uhr am Mittag sowieso hat jeder Hunger. Frisch geschlachtet, ab auf den Grill. Ausbluten braucht man nicht, muss ja nach was schmecken. Gut. Wenn dem aber so sein sollte, dann würde ich mir wünschen, dass das Spiel erkennt, es sind nur startmäßig 5 Dynastien da gewesen. Oder 8 Dynastien. Oder was auch immer ich einstelle in den Startoptionen. Manko, den ich jetzt sofort ansprechen möchte, Autosave, war angekündigt für diese Version. Ja, den Kampf wird vorn. Das ist sehr schön. War angekündigt für diese Version. Ich habe es sowohl bei Biso Simtel Live gesehen, als auch bei mir im Let's Play gesehen, als auch Offscreen gesehen. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe keine Absturzberichte, um die senden zu können. Ich habe aber schon eine Mail dementsprechend an das Team gesendet, dass ich das jetzt schon auf verschiedenste Weise gesehen habe, dass es nicht funktioniert. Es wird ganz sicher, gehe ich sehr fest von aus, mit dem nächsten Patch behoben. Wenn nicht sogar noch mit einem Hotfix dazwischen. Das weiß ich nicht. Ich stecke nicht drin in der Firma. Aber ich gehe da ganz fest von aus. Was ich total super finde an dem Spiel, sind die ganzen Maßnahmen, die wir zur Verfügung haben. Ob wir sie nun dadurch erlernen, dass wir Sozialstatus aufsteigen, wie hier zum Beispiel Gebäude bewachen, jemanden eskortieren, Beweise finden und so weiter und so fort. Oder ob wir sie jetzt speziell in unserem Hauptberuf, jetzt hier als Gauner, Lernschutzgeld erpressen und so weiter und so fort. Das finde ich alles super gemacht. Auch die familiären Beziehungssachen hier, also ob nun Familie oder Affäre oder was auch immer, finde ich super, super schön. Bitte so beibehalten, nichts dran ändern, höchstens was hinzufügen. Muss aber auch nicht mehr sein, weil ich finde, es ist schon ziemlich viel und da kann man echt seinen Spaß dran haben. Wie letztens auch das mit den Geheimgängen als Liebesgilde, Angehöriger, beziehungsweise gleichzeitig auch Vorstand, weil wir waren ja alleine in der Gilde. Fand ich super. Ich habe nicht gewusst, was es ist. Ich habe es ausprobiert und zack, teleportiert. Geil. Fand ich einfach nur toll. Was ich mir noch wünschen würde, ist, dass die Gilden an sich, wenn wir schon bei dem Thema sind, nicht einfach aussterben. Also, dass da wirklich schon die Möglichkeit wieder reinkommt, dass ich als Gildenmitglied jemanden anwerben kann. Das habe ich nämlich jetzt nicht gesehen. Es kann sein, dass ich es übersehen habe. Wenn ja, dann entschuldige ich mich jetzt schon dafür. Aber ich habe schon seit einiger Zeit nicht gesehen, dass, wenn ich mal in der Gilde eingeladen war, dass ich jemanden einladen kann in die Gilde, wenn ich schon da drin bin. Oder halt so einen Antrag stellen darf, der Vorsteher zu werden oder gewählt werde und so weiter und so fort. Denn es stand auch eigentlich mal dabei, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, ich kann mich da auch täuschen, weil es sind schon viele Versionen gewesen von dem Spiel. Und es ist lange her, dass ich das letzte Mal in der Gilde war, außer jetzt in der letzten Folge, wo das passiert ist. Es stand eigentlich mal da, wann der nächste Gildenanführer gewählt wird, wenn ich mich richtig erinnere. Und das fehlt jetzt momentan. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass da nochmal was gefixt wird, dass da nochmal wieder dran geschraubt wird und dass das ganze System nochmal verbessert wird. Denn meiner Meinung nach hat Purplelamp es bisher geschafft, dass jedes System, was sie in Angriff genommen haben, verbessert wurde. Meiner Meinung nach. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Nächstes Thema. Stabilität. Die ist noch ungewiss. Ich hatte Karten mit vier Betrieben. Da war ein Absturz, der nicht erklärbar war. Zumindest aus meiner Sicht nicht, weil LogTaskmanager war die Auslastung super gemütlich. Mein Rechner, der hat sich teilweise schon gelangweilt. Es gibt jetzt aber auch hier gerade in dem Moment bei uns die Situation, wir haben 16 von 6 maximal möglichen Betrieben. Wenn das kein Bug sein sollte, dann ist das schon enorm viel, weil es ist generell eine sehr große Karte. Wir haben noch ziemlich viele Dynastien da. Ich glaube, bisher ist nur eine einzige ausgestorben, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben viele Betriebe, die ich alle absichtlich auf KI-Modus laufen lasse, um dem Spiel so viel wie möglich zu tun zu geben. Und trotzdem läuft es ruckelfrei und stabil. Das einzige, wo es ruckelt, womit ich aber leben kann, ist, wenn hier hinten ein Vorknecht langfährt, der hinten am Rand des Bildschirms ist, dann ruckelt das ein bisschen. Kann man aber mit Leben, finde ich persönlich. Also das stört mich überhaupt nicht. Da achte ich noch nicht mal drauf. Ich habe es nur einmal durch Zufall gesehen und seitdem achte ich drauf. Ist jetzt aber wirklich geobstige Spuren. Da finde ich jetzt nicht, dass man das irgendwie als Manko nehmen sollte. Was mich auch stört, wie ihr gerade gesehen habt, ihr hört bestimmt ab und zu mal meine Maus klicken. Jetzt kommt natürlich der Vorführeffekt, ne? Dass ich manchmal auf einen Button mehrmals klicken muss. Das ist ein bisschen nervig. Es stört den Spielverlauf nicht. Vor allem, wenn man nebenbei immer noch die Zeit kontrollieren kann, also den Zeitablauf kontrollieren kann. Aber ich finde, das sollte schon irgendwie gefixt werden, dass ein Klick, der zu hören ist im Spiel, also das Spiel selber gibt ja dieses Geräusch wieder, das geklickt wird, dass dann bitte auch die Funktion geschlossen oder geöffnet werden soll. Das ist noch so ein Manko, den ich gerne beseitigt haben möchte. Mein persönlicher Wunsch wäre immer noch die Steuerung per Rechtsklick auf das Gebäude, wenn ich ein Avatar angewählt habe. Das war eine echt schöne Funktion, aber sie hat bestimmt zu einigen Wegfindungsproblemen geführt. Gehe ich mal stark von aus. Genau, jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema. Das ist bisher ein sehr flüssiges Spiel, genau. Und ich persönlich brauchte bisher in diesem Spiel kein Tutorial. Ich habe es mir auch noch nicht gegeben. Es soll ja mittlerweile drin sein. Man bekommt ja auch immer noch diese Startsequenz und so weiter und so fort. Da kann man ja wählen, ob man Tutorial beginnen möchte oder nicht. Ich habe bisher keins gebraucht. Und jetzt ist natürlich hier eine Baumaßnahme direkt über mir. Na toll, ich hoffe, ihr hört das nicht. Ne, Mikrofon schlägt nicht aus. Es ist ein schönes Learning-by-Doing-Spiel. Ausprobieren, daraus lernen. Gewisse Sachen findet man erst zum späteren Spielverlauf selber heraus, welche Auswirkungen sie haben. Wie zum Beispiel das mit der Beliebtheit und dem Ansehen. Bei welcher Tätigkeit. Oh, Hallöchen, das sieht aber sehr gut aus mittlerweile. Wenn ich jetzt zum Beispiel gaukeln gehe, dass das Ansehen bringt. Wenn ich umherlaufe, dass das Ansehen bringt. Wenn ich irgendwo einbreche, dass es natürlich Ansehen kostet. Da komme ich zum Punkt, wo ich noch eine Besserung wünsche, dass bei den Maßnahmen, die hier machbar sind, die Tooltips noch ein bisschen verfeinert werden müssten. Dass hier nicht nur steht, dass es eine Belohnung von 120 Einflusspunkte bringt, sondern dass auch wenigstens dahinter steht, dass es auch Ansehen bringt oder Ansehen kostet. Wie viel ist mir egal. Hauptsache, es steht dahinter. Oder auch Einflusspunkte. Nicht nur Erfahrungspunkte. EP sind auch Erfahrungspunkte, nicht nur Einflusspunkte. Das sollte auch dahinter stehen, ob es Einflusspunkte bringt oder nicht. Steht es bei den meisten schon, aber nicht bei allen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich will mich da jetzt aber auch nicht zu tief reinhängen, bevor ich da wieder unten Mox erzähle. Wie hier zum Beispiel. Das bringt an sich Erfahrungspunkte und Einflusspunkte. Hier auch. Aber irgendwo hatten wir doch noch was. Wartet mal, jetzt überlege ich gerade. Genau, hier zum Beispiel war das, glaube ich, bei... Nee, auch nicht. Ich habe es letztens erst gehabt. Bitte guckt mal in die letzten ein, zwei Folgen rein. Da habe ich das erwähnt, dass das mal mit dabei stehen sollte. Tut mir leid, dass ich da jetzt wieder ein bisschen wirr bin. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen und habe noch nicht mal was gegessen. Aber ich fand einfach diese Frage so interessant von dem Bierdurst. Kommen wir zum nächsten Thema. Die Achievements, die sind ja mittlerweile angeblich im Spiel. Ich bin gerade beschäftigt. Wo bist du denn gerade, Mäuschen? Du bist da hinten. So, ich gehe jetzt mal zum Marktplatz. Ich lasse hier jetzt mal nicht ihre Tätigkeit weiter ausüben. So. Ob ich gerade merke, ist die Musik wieder weg? Okay. So. Ist mir jetzt egal, was hier gerade passiert. Ich werde den Spielstand dann... Obwohl, mir ist das nicht egal. Ich wollte gerade sagen, ich lade nochmal neu. So, Moment. Es gibt ja das Achievement. Trinke, Guntrams, Bräu. Jetzt muss ich das bloß erst mal finden auf die Schnelle. Dann probieren wir das mal. Denn mir ist nämlich auch aufgefallen, dass einiges an Achievements gar nicht mehr aktuell ist. Wie zum Beispiel Sterbe durch Exekution. Also Todesstrafe sozusagen. Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr möglich. Das Höchste ist kerkerhaft. Exekution ist gar nicht mehr drin. Das heißt, dass dieses Achievement noch vereitet ist und eigentlich rausgenommen werden müsste. Es stand jetzt aber in den Update-News drin, dass viele der Achievements wieder funktionieren. Und dazu finde ich persönlich sollte gehören, dass Guntrams Bräu mittlerweile wieder ein Achievement bringen sollte. Sag mal, wo ist es denn? Kann man das überhaupt kaufen? Ach, da ist es doch. Hier, zack. So. Wir haben es jetzt hier drin. Wir können es trinken. Hier steht, es bringt 19 Erfahrungspunkte. Okay, wir zoomen mal ran. Damit wir sehen, was sie da macht. Wir schicken sie noch eben hier rüber. So, Mäuschen. Dann, viel Spaß. Das hat dir schmecken. Und ich bin gespannt, ob ich jetzt irgendwo ein Achievement-Symbol bekomme. Ja, da ist es. Die Achievements sind größtenteils wieder drin. Beziehungsweise die meisten sind wieder drin. So wurde es ja geschrieben. Das ist sehr schön. Ich hoffe, ihr habt es jetzt auch gesehen, dass ich das in der Aufnahme drin hatte. Also in meinen Aufnahmeoptionen drin hatte, dass ihr das zu sehen bekommt. Es ist ja unterschiedlich, ob ich das sehe oder ob ihr das auch seht in der Aufnahme. So, wir brauchen hier bei ihr Charisma und Klugheit. Genau. Dann weiter aufsteigen. So, kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Mal kurz zwischendurch hier noch verwaltet. Die Grafik. Also meiner Meinung nach, das war ja vorhin schon kurz mein Startbildschirm hier. Ups, das war ein bisschen sehr schnell. Da sind wir aber wieder beim Thema Stabilität. In einer früheren Version hätte sich das Spiel jetzt aufgehangen, wenn ich so schnell über den Bildschirm rausche. Ich finde, optisch macht es so viel her mittlerweile. Und da wird immer noch dran gearbeitet. Es wird immer noch an den Texturen gearbeitet. Es werden neue Gebäudetexturen hinzugefügt oder Geländetexturen und so weiter und so fort. Ich finde, da steckt so viel Liebe drin, so viel Detailverliebtheit. Das muss man wirklich mal ganz, ganz hoch loben an die Grafikdesigner und an die Entwickler und so weiter und so fort. Also an das gesamte Team, dass da immer noch so fasziniert dran gearbeitet wird. Und das finde ich wirklich super. Also da kann man überhaupt nichts meckern. Allein schon die normalen Wohnhäuser, die sehen einfach so dermaßen authentisch aus. Meiner Meinung nach zumindest. Auch hier diese kleinen Details, auch wie wir letztens hatten, mit diesem kleinen Eckladen am Stadttor. Wo haben wir den gerade mal auf die Schnelle? Wenn er denn noch da ist. Ja, hier. Die gutste, die Angelika. Mit ihrem schönen Eckladen hier direkt am Stadttor. Total authentisch. Die gab es früher wirklich. Und das finde ich einfach schön. Also da würde ich ein ganz großes, fettes Lob mit zwei Daumen nach oben. Wenn ich die zehn gerade heben könnte, dann die zwei auch noch nach oben. Super. Kann man überhaupt nichts meckern. Die KÜ-Dynastien. Mal sind sie witzig, wie wir letztens hatten, dass wir alle verfederten Dynastien durch das einfache Angebot gleich Frieden, gleich Allianz. Das ist irgendwo witzig. Mal sind sie aber auch nervig, wenn sie dann ständig ankommen, wir hätten gerne deinen Sohn, wir hätten gerne deine Tochter, wir hätten gerne deinen Betrieb. Es reicht doch eigentlich, wenn ich einmal Nein sage. Oder aber, wenn ich sage Nein, außer du machst mir ein deutlich besseres Angebot. Und da wünsche ich mir gleichzeitig noch beim Verhandlungssystem, dass man Gegenvorschläge machen kann. Ich meine, bei Total War zum Beispiel kennt man das, man bekommt ein Angebot. Hier Handelsvertrag. Ich sage aber, nö. Ich mache einen Gegenvorschlag. Ich sage, ja, Handelsvertrag, aber ich möchte noch 500 Gold von dir haben. Und so weiter und so fort. Sowas zum Beispiel. Und dann, was ich schon mal angemerkt habe, vielleicht noch als Option, dass man die Einflusspunkte als Ersatzwährung nutzen kann. Dass man einer anderen Dynastie Einflusspunkte bieten kann, dafür, dass sie einwilligen auf eine Abmachung. Das wäre noch eine schöne Option, finde ich. Da hätte man dann dementsprechend noch mehr Möglichkeiten. Die Handelsrouten an sich. Ich habe jetzt natürlich gerade keine parat. Aber ich finde, das, was bisher an den Handelsrouten gemacht wurde, ist super. Und es soll sogar noch mehr hinzukommen. Das Einzige, was ich bemängele, sind die KI-Routen, also die Lagerregeln-Einheiten-Routen. Dass die noch nicht richtig funktionieren. Und das halt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf hier frische Luft gehe, frische Luft gehe, bei den Lagerregeln Waren aufgetaucht sind, die eigentlich hier nichts zu suchen haben. Wie hier Edelsteine zum Beispiel. Wozu brauche ich in der Rufe Edelsteine? Da finde ich, könnte ein Filter gescriptet werden. Entschuldigung, meine Nase juckt. Da könnte ein Filter gescriptet werden, dass die gar nicht erst damit reingehören. Dementsprechend hätte dann die Berechnung für den Fuhrklinik, der die Lagerregeln einhalten soll, weniger zu tun. Und dann würde er auch kapieren, dass wenn hier 170.000 Wasser drin sind, ich aber sage, er soll bloß 60 maximal lagern, dass er dann bitte den Überschuss verkauft. Und nicht einfach bloß bis zu 60 Wasser einkauft, obwohl ich Leute habe, die unterwegs sind und Wasser holen. Dieses Prinzip. Das ist das Einzige, was ich wirklich bemängeln kann an den Handelsrouten. Ansonsten finde ich das System super gemacht. Auch mit den Lagerhäusern, mit den Lagerscheunen, dass man einfach die Überschüsse da hinbringt und dort die einfach verkaufen lässt. Da funktioniert das ja eigenartigerweise, auch ohne, dass da was eingekauft wird. Super gemacht. Top. Bitte weiterzumachen. Ich bin sehr gespannt darauf, was dann noch kommen wird. Jetzt sind wir schon bei fast 20 Minuten. Oh Gott, ich glaube, wir kommen doch nicht mehr zum Gameplay. Aber ich halte mich jetzt schnell ran. Die Sounds. Es sind coole, witzige Sprüche dabei. Die Atmosphäre ist super. Nur der Sprecher nervt manchmal. Was aber auch daran liegt, wie man hier das einstellt. Ich finde, was raus könnte, wenn ich schon im Hauptmenü einstelle, dass ein automatischer Aufstieg der Angestellten passieren soll, dass der Sprecher dann bitte ruhig sein kann, in dem Moment, wo ein Aufstieg eines Angestellten passiert. Weil das nervt manchmal echt. Und dann halt, wenn eine Handelsroute gerade nicht fahren kann, reicht einmal oder maximal dreimal eine Meldung, aber nicht jede Sekunde eine Meldung, dass die Handelsroute nicht fahren kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist echt irgendwo ein bisschen nervtötend. Ansonsten muss ich noch sagen, die Musik ist sehr einladend. Also die Sound, die Musik im Hintergrund, wenn sie gerade mal da wäre, da muss bitte noch gefixt werden, dass sie dauerhaft da ist. Und wenn sie dann aber da ist, dann finde ich sie sehr einladend. Sie ist sehr atmosphärisch. Und sie passt auch immer zur Situation irgendwo so ein bisschen. Meiner Meinung nach. Sehr stimmig, sehr abgerundet. Bevor ich zur Bewertung komme. Was hatte ich hier noch? Genau. Der Vergleich mit den Vorgängerversionen. Ich finde, den kann man absolut nicht stellen. Denn sowohl die Gilde 1 als auch die Gilde 2 waren mehr oder weniger eigenständige Spiele, die man miteinander nicht vergleichen konnte, da die Spielweise und die Herangehensweise an das Spiel völlig anders waren. Und meiner Meinung nach ist die Gilde 3 jetzt eine signifikante Verbesserung von Gilde 2. Auch vom Zustand des Spiels ja schon, wenn man sich bedenkt, Gilde 2 war nach Release eine Katastrophe und wurde erst durch, meiner Erinnerung nach, durch eine Mod von Fans verbessert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt ist das Team dabei, noch während der Entwicklung mit uns darüber zu schreiben beziehungsweise mit uns zu kommunizieren bezüglich der Bugs, die vorhanden sind, damit die während der Entwicklung schon behoben werden und so eine Katastrophe wie zu Gilde 2 Frisch Release nicht nochmal passiert. Beziehungsweise zu Erlixers Gilde 3 kann man ja anders sagen. Es war eine Katastrophe. Es ist jetzt auch mit den ganzen Maßnahmen, die man hier tätigen kann, die Sprüche und so weiter. Also ich finde persönlich, es ist ein Gilde-Gefühl da. Ich habe es relativ früh schon bekommen bei der Version 0.8 ungefähr. Relativ früh. Da ist ein Gilde-Gefühl da. Man probiert, man studiert und man testet einfach das Spiel an sich aus. Geht an die Grenzen des Spiels, was ich jetzt auch schon wieder mache mit die ganzen Betriebe aufzukaufen. Und man wird aber auch immer wieder vom Spiel selber überrascht mit lustigen Sachen, mit unerwarteten Ereignissen und so weiter und so fort. Und entschuldigt mal, ich muss mich mal kurz abhusten, bitte. So, da ist er wieder. Ähm, die Erwartungen an dem Spiel, die waren enorm hoch. Weil die Fangemeide von die Gilde ist inklusive mir enorm hoch, äh, enorm groß. Und ich muss gestehen, ich hatte anfangs extrem hohe Erwartungen. Als dann der Early Access Release da war, ich war enttäuscht, verständlicherweise. Und als ich dann aber so bei der 07-Version wieder reingeschaut habe, da war ich schon so am begreifen, Moment, das ist nicht die Gilde, wie ich es mir gewünscht habe. Aber es ist ein Gilde. Und mittlerweile mit der Version 0.9.2 kann ich schon sagen, ja, es ist ein funktionstüchtiges Spiel, was noch nicht vollständig ist und wo noch ein paar Kindheitskrankheiten ausgemerzt werden müssen. Dass es aber auch ein Early Access ist, auch wenn er noch so lange schon gedauert hat, das ist mir jetzt wirklich Pumpe. Es ist ein funktionierendes Spiel und, ähm, die Bugfixes sind, deutlich merkbar, wenn ich daran denke, jetzt, dieses Update hatte 2 Gigabyte Content, wovon bestimmt schon 1,5 Gigabyte nur Bugfixes waren. Und der Rest war dann halt Content. Stell ich mir so vor, weil ihr habt die Latte gesehen an Bugfixes, was ich euch gezeigt habe mit der Folge 0.9.2. Es war viel, verdammt viel. Viele Absturzursachen, viele Bugs allgemein und so weiter und so fort. Und ich muss auch gestehen, dass ich die ganzen Bugs, die wir vorher hatten, bis jetzt noch nicht wiedergefunden habe. Ähm, kommt aber vielleicht noch, wenn wir hier in Paris irgendwann fertig sind und die nächste Stadt besuchen, vielleicht kommt doch da noch mal das eine oder andere mit hinein. Aber da haben wir ja ein Auge drauf, da gucken wir ja genauer hin. Ansonsten, ähm, muss ich sagen, das Spiel an sich ist ein ähnliches Prinzip wie Gilda 1 und Gilda 2. Es ist aber ein eigenständiges Spiel und ich finde, man sollte als fairer Beobachter, als fairer Bewerter das Spiel auch als eigenständiges Spiel sehen und in dem Sinne gebe ich dem Spiel von meiner persönlichen Meinung her 8 von 10 Punkten. Das ist meine Meinung. Eine Kaufempfehlung werde ich niemals aussprechen, weil das ist eure Entscheidung. Ich persönlich würde es aber immer wieder kaufen. Die 30 Euro oder 29,99 haben sich bis jetzt jedes Mal bezahlt gemacht und auf einen Aktionspreis kann man natürlich auch immer noch gerne warten, wenn man sagt, okay, man möchte es testen. Ansonsten, worauf ich noch sehr warte, ist Multiplayer. Da bin ich sehr gespannt drauf. Es ist jetzt in den letzten Monaten immer wieder was dran gefixt worden, dass es stabiler wird, dass man speichern kann und so weiter und so fort. Ich würde jetzt noch ein, zwei Monate vorsichtshalber warten, damit der Multiplayer-Modus so wirklich stabil wird und zuverlässlich wird und so weiter und so fort. Und da kommt jetzt meine Einladung an euch, vor allem auch an Birdos, der mir geschrieben hat, dass er das mit seiner Freundin gerne spielen würde. Das ist meine Einladung an euch mit ein paar Abonnenten, der oder die sich bereit erklärt, dass wir das mal zusammen in ein, zwei Monaten dann in einem Multiplayer-Modus zusammen spielen. Ihr dürft natürlich nicht Mikrofon- oder Kamerascheu sein. Also, ich bin ja der in der Kamera, aber ihr seid halt auch ein Mikrofon mit dabei und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mich mal herauszufordern beziehungsweise, dass wir auch zusammen, also Let's Play Together einfach mal machen, dass der eine den einen Berufsgrad macht, der andere den anderen Berufsgrad und man sich gegenseitig die Waren zuschiebt und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt drauf, wer sich darauf melden wird. Wer da wirklich ernsthaftes Interesse daran hat, kann gerne auf meiner Kanal-Info unter der dort verfügbaren E-Mail-Adresse mich mal anschreiben und dann kann man sich ja schon mal so ein bisschen absprechen in der Zeit, wie wir noch ein bisschen warten, dass der Multiplayer-Modus stabil wird. So, jetzt haben wir sage und schreibe noch sieben Minuten Zeit, um weitere Betriebe zu kaufen. Da hat er jetzt doch ein bisschen länger gelabert, als ich geplant hatte. Jetzt ist der Ton komplett raus, ne? Ein Angestellter hat eine Neu-Bahn. Ne, okay. Das war gerade so verdächtig. Oh, was haben wir da? Wir haben eine Gildeneinladung, hoffentlich die Liebesgilde. Ja, dann sind wir da wieder drin. Sehr schön. Jemand wurde in eure Gilde aufgenommen. Ja, das bin ich. Aber ihr seht schon, der Raum ist nicht vollständig, wie beim letzten Mal auch schon. Oder der ist absichtlich dunkel gehalten. So, und jetzt fehlt hier meiner Meinung nach noch die Möglichkeit, jemanden in die Gilde einzuladen. Oder konnte man das über Sozialstatus? Wartet mal. Man kann jetzt hier die Gilde verlassen. Okay. Und hier? Liebschaft. Okay, hier fehlen dann schon wieder die Maßnahmen. Es müsste jetzt eigentlich noch die Maßnahme geben, jemanden in die Gilde einzuladen. Damit man die Gilde generell wieder beleben kann und aufbauen kann. Weil es gab ja noch eine andere Dynastie hier. In dem Spiel, also in diesem Safecam, die ebenfalls der Fähigkeit bemächtigt war. Leute auszuräumen. Quatsch, nicht der Fähigkeit bemächtigt war. Was laber ich hier heute? Die ebenfalls ein Räuberlager hatte und sowas. Da hatten wir auch irgendwo jemanden hier. Ich kann mal den durchklicken. Müsste relativ weit oben stehen, theoretisch. Oder auch nicht. Haben die jetzt alle gewechselt, oder was? Ach, oder das sind die, die bereits ausgestorben sind. Das kann auch sein. Da ist ja eine Dynastie, wenn ich mich richtig erinnere, bereits gestorben. Ach nee, guck mal hier. Dynastie Kendal. Die haben auch noch ein Räuberlager. Und dementsprechend, so rein rollenspielerisch, wäre es ja machbar, die einzuladen. in die Gilde, ins Spiel, in die Gilde einzuladen. So. Wir haben eigentlich alles automatisiert. Wir könnten auch wieder kaufen und verkaufen, aber ich glaube, das lohnt sich schon gar nicht mehr in den letzten fünf Minuten. Ich würde sagen, wir gucken uns noch ein bisschen die Gebäude an. Da haben wir es gerade wieder gehabt. Ich habe geklickt, es hat nicht reagiert. Hier gerade nochmal. Obwohl ich nur auf normale Geschwindigkeit habe. Mir ist mir schon aufgefallen, je schneller das Spiel läuft, desto weniger funktioniert der Klick. So. Da haben wir jetzt in dieser einen Folge, wo wir tatsächlich das Gameplay von fünf Minuten haben, noch gar nicht so viel Gewinn gemacht. Aber der Tag ist ja noch nicht vorbei. Ich würde mich jetzt erstmal wieder durchklicken und Reparaturen anleiern, falls sie nötig sein sollten. Aber ich glaube, das habe ich am Ende der letzten Folge erst gemacht. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann müsstet ihr diese Folge am 15. zu sehen bekommen. Das heißt, wir haben mehr oder weniger ein Wort zum Sonntag. Und das meine ich jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise religiös. Außer sollte sich eine Gilde-Religion gründen, dann kann man darüber nochmal diskutieren. So. Hier sind gleich wieder zwei Abmachungen, die angeboten werden. Da will jemand eine Scheune gegen Haag tauschen. Ich sage nein. Ich sage nein. Und hier nochmal. Andere Dynastie. Scheune gegen Haag. Es ist ein faires Angebot. Generell vom Wert her. Aber es reicht, wenn ich Nein sage, oder? Ein Angestellter ist krank. Das ist nicht schön. Aber er wird sich ja automatisch behandeln lassen. So. Eigentlich sind wir doch... Stimmt. Ich werde doch einen Betrieb hier noch kaufen. Und zwar diese Hufe hier. Äh? Landwirtschaft 3? Hatte ich die nicht freigeschalten? Ach, 4 brauchen wir. Okay. Puh. 15.000. Aua. Aber gut, machen wir. So. Dann können wir nämlich sehr, sehr viele Angestellte reinprügeln. Und wir können dann die vorhandenen Hufen, die wir bereits haben, auch mal aufwerten. Das ist nämlich auch mal so eine Maßnahme, die ich noch gar nicht gemacht habe, hier in diesem Let's Play. Jetzt werde ich mal ein bisschen beschleunigen, damit wir eine größere Puffer aufbauen. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Äh. Wir haben doch noch mal ein bisschen Gerichtsurteile fällen hier. Watt, wir sind selbst... Pff. Nee, nix da. Freispruch. Kenn ich nischt. So. Wir wollen ja auch vorankommen im Spiel, deswegen gucken wir jetzt zwischendurch auch mal wieder nach Bewerbungsmöglichkeiten. Nein, wir machen nicht den Bürgermeister. Wir wollen ja nicht versehentlich zum Landesherr werden. Ja. Übrigens auch noch so ein Zwischenfazitspunkt, dass der Landesherr ja auch noch mal aufgewertet wird jetzt. Also interessanter gestaltet wird. So. Damit haben wir jetzt hier auch ein weiteres Gebäude. Können wir doch gleich mal gucken hier. Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Da müssen wir natürlich noch engagieren. Jetzt sind wir bei sieben insgesamt. So. Zack, 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 zack. Und hier sagen wir jetzt natürlich auch, dass du die Lagerregeln einhalten sollst. Und dann könnten wir uns mal so peu a peu jetzt durch unsere Rufen selber durchklicken und die auch mal aufwerten auf Gutshöfe. Und damit haben wir dann jetzt auch wirklich den zweiten Vorort... Das ist aber nicht nett. Damit haben wir dann jetzt auch den zweiten Vorort komplett erobert, außer halt die Dynastie... Also Konkurrenz-Dynastie-Gebäude. Und dann bleibt jetzt eigentlich nur noch Reims. Wenn mich nicht alles täuscht. Moment, Orientierung. Ein Angestellter hat einen neuen Berufskarte erreicht. Nee, Moment, das war schon. War das hier, wo mir noch was fehlte? Ich glaube, ne? Ja, stimmt. Jemand hat die Bevölkerung... Hier fehlten wir noch was. Nee, das ist Reims. Okay, wir waren gerade noch in Amiens. Oder wie immer das spricht, Amiens. Und hier wäre Reims, okay. Aber ich finde, bevor wir das machen, sollten wir mal die vorhandenen Gebäude möglichst aufwerten. Damit die halt möglichst bessere Produkte herstellen können. Und auf dementsprechend mehr Geld finden. So. Zack. Urteilswendung natürlich Freispruch. So. War aber nicht eigentlich mal die Rede davon, dass wenn einer unserer Angestellten oder Dynastie-Mitglieder... Ich glaube, Dynastie-Mitglieder ist das, glaube ich, ne? Dass wenn wir die Richter über jemanden sind, der unser Dynastie-Mitglied ist, das dann automatisch schon und auf das geringstmögliche Urteil plädagiert wird, ne? Ohne, dass wir selber hier was klicken müssen. Oder dass wir in der Gerichtsverhandlung landen. Ihr habt den Kampf geplant. Oder? Wie mir da gerade echt unsicher. Da würde ich mich drüber freuen, wenn ihr mir da mal was drunter schreiben würdet unter dieses Video, wie das mittlerweile gemacht wurde. Neue Beweise wurden vorgelegt. Was? Was passiert? Wenn ihr mir das einfach mal drunter schreiben würdet, weil ich habe das bis jetzt noch nicht so mitbekommen oder nicht drauf geachtet? Wohl eher nicht drauf geachtet. Das ist es wohl eher. Also gut, ihr Lieben. Es ist wieder Zeit, Bilanz zu ziehen. Und... ...vor diesen Ingame gerade mal Tatsache, einen Tag, den wir jetzt wirklich gespielt haben heute, haben wir doch eigentlich schon wieder ein fettes Plus gemacht. Fast 100.000 mehr als vorher. Also 70.000 sind es jetzt ungefähr mehr als vorher. So Pi mal Daumen, Gruppe überschlagen. Das ist doch schon in Ordnung. Wenn ich das jetzt noch weiter ausbaue, dann könnte ich davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall noch vor dem nächsten Update, außer es kommt gleich schon morgen, den Reichsfürsten erreichen, denke ich mal. Ich werde jetzt jeden Tag zwei Folgen aufnehmen. Und für die anderen Netzplays dann nochmal zwei Folgen. Mal gucken, oder drei. Ich denke, das haut hin, ne? Also gut, ihr Lieben. Mich würde mal auch noch interessieren, was eure Meinung jetzt zu dem Zustand des Spiels ist. Könnt ihr auch gerne mal drunter schreiben unter das Video oder mir auch direkt als E-Mail, wenn ihr wollt. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns bestimmt morgen wieder. Ciao!